Das Mergen bzw. das Zusammenfügen von Accounts wird in den nächsten Tagen freigeschaltet und hier haben wir auf jeden Fall den Medium Artikel und wir werden auf jeden Fall besprechen, wie das Ganze vonstatten geht, wie du das auf jeden Fall da draußen, wenn du Accounts hast, die nicht KYC sind und gerne mit deinem KYC Account verknüpfen möchtest, dann werde ich dir auf jeden Fall in diesem Video zeigen, wie es geht. Wir haben aber tatsächlich noch ein paar andere News mit dabei und zwar nämlich schauen wir uns nochmal ganz genau die Daten an hier, die Market Pulse Daten von ViviFox, unter anderem habe ich auf jeden Fall noch zwei Ankündigungen für euch mit dabei, es heißt auf jeden Fall sehr informatives Video, deswegen bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest und ich würde sagen, wir starten heute relativ schnell rein, denn es geht nämlich um das Merchant von Accounts, das dich bestimmt interessieren wird. Ja und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall an dieser Stelle auch direkt hier mit dem Artikel rein, ich werde euch den nochmal unten in die Beschreibung packen, wenn du da einfach nochmal selber nachlesen möchtest, was das Ganze ist und wie das Ganze funktioniert. Um eine kurze Erklärung zu geben für die Leute, die keine Ahnung haben, was das Ganze denn jetzt überhaupt ist, es ist nämlich schon seit geraumer Zeit nur noch die Möglichkeit, da insgesamt einen Account wirklich zu besitzen, der wirklich auch personengebunden ist, weil es nämlich KYC gibt. KYC ist Know Your Customer und ist eine Anforderung, die relativ häufig jetzt auch mittlerweile auftritt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass du dich halt mit deinem Personalausweis anmelden musst und das heißt natürlich, dass du nur insgesamt einen Account haben kannst. Dadurch, dass viele Leute zwei, dritt oder vier Accounts hatten, ja, hat jetzt Vivi eine Lösung gefunden und hat sozusagen das Merging entwickelt, das heißt, dass du deine nicht KYC Accounts an dieser Stelle, die nicht gesperrt sind, also die einfach noch rumliegen, du kannst dich zwar anmelden, kannst aber nichts machen, diese kannst du dann mit deinem Hauptaccount, der KYC ist, verbinden. Und ich werde jetzt, wie gesagt, zeigen, wie das Ganze von starten geht. Vorweg aber noch ein paar wichtige Informationen zu dem ganzen Merging von Accounts generell. Zum jetzigen Zeitpunkt, zum 13.12. ist das ganze Projekt noch nicht live. Vielleicht ist es schon live, wenn du das ganze Video siehst, ich weiß es leider nicht, wann du das ganze Video schaust, aber zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls auch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es nur eine Frage von Tagen ist. Deswegen, wenn du auf jeden Fall diese Ankündigung nicht verpassen möchtest, drück auf jeden Fall den Abo-Knopf, dann wirst du definitiv in meinem nächsten Video darüber informiert, sobald das Ganze draußen ist. Ansonsten kannst du insgesamt vier Non-KWC-Accounts mit deinem Hauptaccount verbinden. Außerdem muss das Ganze über die Web-App gemacht werden. Ich zeige dir auch gleich, wie. Als nächsten wichtigen Punkt, diese Accounts dürfen kein KYC haben. Wenn sie KYC haben, also Know Your Customer, das heißt irgendjemand ist dort mit seinem Personalausweis angemeldet, dann funktioniert das Ganze nicht. Ansonsten könnt ihr Collectibles, Comics, Showrooms wie auch Gems verschieben bzw. Merchern. Das Merchern von MCP-Points ist tatsächlich laut Artikel nicht gegeben. Wir haben aber tatsächlich die Confirmation eigentlich von Rees bekommen, dass das Ganze so umgesetzt wird, aber anscheinend doch nicht. Ich werde es natürlich auch auf dem Laufenden halten, falls es dort doch nochmal irgendwelche Änderungen geben wird. Gehen wir das einmal durch, wie das Ganze dann jetzt aber praktisch ist. Du musst dich natürlich erstmal überhaupt in der Web-App anmelden. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten app.wiwi.me einfach eingeben. Dort musst du dich natürlich ganz normal anmelden und dann musst du sozusagen in die Settings gehen und dort findest du dann Merge Accounts. Der nächste Schritt ist dann hier natürlich unter Merge Accounts das Ganze sich einmal durchzulesen und dann unten auf Beginn zu klicken. Was jetzt an dieser Stelle tatsächlich etwas verwirrend ist, aber ihr wahrscheinlich hinbekommen werdet, ist nämlich der Part, dass hier nämlich steht Enter the Email Address of the Nominated Account and click Submit. Das ist ja schön und gut, aber im gleichen Zuge steht nämlich danach im Schritt 5, you will require to enter the 2FA Code from the requesting account and the nominated account. Das heißt dem Account, wo ihr das Ganze hinsettet und natürlich dem eigenen Account. Das ist schön und gut, aber es gibt ja tatsächlich nur den Schritt. Für mich persönlich macht das keinen Sinn, warum man hier nochmal den 2FA Code eingeben muss. Wir haben uns davor schon gemacht, also hier ein bisschen unschlüssig ehrlich gesagt erklärt. Wenn ihr das Ganze dann aber hier habt und alles eingegeben habt, dann müsst ihr natürlich nur noch auf Next klicken und dann wird das Ganze versendet. Was ganz wichtig ist, insgesamt 48 Stunden braucht das Ganze, um eure Collectibles rüber zu schicken auf den anderen Account. Ihr bekommt im gleichen Zuge, wenn ihr diese Anfrage rausgesendet habt, hier eine E-Mail, wo ihr das Ganze theoretisch auch nochmal stornieren könnt, wenn ihr das doch noch wollt und euch umentscheidet. Ansonsten ist das Ganze hier nach 48 Stunden nicht mehr möglich. Ich kann mir die 48 Stunden so erklären, dass hier natürlich ausgiebig geprüft wird, ob das hier nicht doch vielleicht ein Bot-Account ist. Also hier auf jeden Fall diese Zeit definitiv berücksichtigen. Und das war es im Prinzip mit dem Merging von Accounts. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die mir unten in die Kopftare. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Post an und zwar nämlich von der guten Vivifox. Wir sehen hier momentan die aktiven Wallets, die tatsächlich steigen mit 9,1%. Aber die Market Trader lassen tatsächlich nach mit minus 6%. Die Market Käufer bleiben etwa bei 0,7% plus und die Market Seller steigen tatsächlich hier mit 22,8%. Das heißt, wir sehen ja einen enormen Verkaufsdruck gegenüber einem ja sehr starken Kaufdruck, muss man ganz klar sagen. Also wir sind ja wirklich momentan immer noch in einem ordentlichen Downtrend. Mittwoch ist wieder Giveaway Time und zwar werde ich nämlich Mittwoch um 20.00 Uhr deutscher Zeit wieder mit zwei Comic-Experten live sein. Nämlich mit dem guten Chris Vivireisen und dem Enrico. Und dort wird es auch das ein oder andere Giveaway geben. Deswegen komm sehr gerne auf jeden Fall vorbei, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest. Außerdem bin ich auch noch live am Freitag um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und zwar nämlich mit dem guten Viviversum. Und dort werden wir nämlich den 2022 Stammtisch machen, wo wir nochmal das ganze Jahr Revue passieren lassen. Und zusammen werde ich dort sein mit dem guten Chris Vivireisen, Energy, Moni Lee und auch Patrick aus der Community. Das heißt, wenn du auf jeden Fall Bock hast, komm dort auch sehr gerne vorbei. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auch wieder bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmiddag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.